Die Fußball-Weltmeisterschaft ist nicht nur ein sportliches, sondern auch ein politisches Ereignis und ich finde es ganz wichtig, dass bei einem so weltumspannenden Event wie dieser Fußball-WM, eigentlich ist sie ja sogar die größte Sportveranstaltung, die es überhaupt weltweit gibt, dass da auch klar Stellung bezogen wird. Nicht nur zu den Journalisten, die anreisen, Tausende, die anreisen, sondern auch vor allem zu denen, die in diesem Land leben und die jetzt während der WM, aber auch vorher und nachher über kritische Begleitumstände von Politik oder auch von Sportveranstaltungen in Russland berichten und auch darauf aufmerksam zu machen, dass deren Pressefreiheit uneingeschränkt gelten muss, was ja in Russland leider nicht der Fall ist. Dafür, finde ich, ist der Anlass einer Fußball-WM genau der richtige, um darauf verstärkt aufmerksam zu machen. Zum WM. Untertitelung des ZDF, 2020